hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge extended 3 und operation leckner und ja ganz kurz noch mal so nütz unnützes weg ist auf jeden fall hier sollte ein jahr her dass ich die erste folge von michael sendet einzug klar habe also aufgenommen habe und auf jeden fall schlecht krasse oder so ein jahr jetzt noch mal ausbauen und mache es krass und macht immer noch spaß oder was im katerkiller so was wenn ich nicht schaffe dann schaffe ich ihn nicht ich will mal einen kurdapfel am besten dann schauen wir mal ich muss auch mal schauen lange auf der mädchen gehen wird ich bin noch krank und ich will sie so lange machen jetzt jetzt ich hab noch mal gemacht aber das waren wir regeneriert wie habe ich das nur geschafft in meinen ex-projekten davor hatte ich musste den immer getötet haben auch ja keine chance hallo wo schon das kein problem mehr lange nicht mehr ich müsste mal vielleicht eventuell nicht aus der luft machen aber habe ich auch sonst im aufbau gemacht habe ich eigentlich tricks zufällig zeugs oder so das ist gut aber jetzt ist ja voll an hier auch das ist nervig so scheiße ist trotzdem ist ein noch video auf dem weg weg und auch gott wahrscheinlich auch nicht so lang werden auf jeden fall vor allem habe ich weiß nicht so können auch nicht schlecht alle acht geschautes gemacht habe und ja vor ein jahr die erste folge stand dann so festlich um 17 uhr zwölf und sechsten ich finde es immer interessant zu gucken was ich das spiel vor ein jahr oder für zwei jahren war ja schön im ding jetzt auch schlossen wenn ich ein probier manche nachgucken so und da kann man die seitenzahl aussehen und da steht die wiederzeugung von 12 und 16 2016 und 2015 da kann man schön nachgucken was man da so klar mache ich eigentlich täglich ist ja ganz interessant nachzugucken was habe ich denn vor zwei jahren hochgeladen so wie ich es wie welchen videos da habe ich vor zwei jahren hier 2015 da habe ich den team vorgestellt auf eine längsame verstellung die gegen eine halbe stunde und vor allem habe ich doch viel ziehen aus dem motorrad hochgeladen hat er extendet ein zeit ist nicht schlecht nicht mal interessant so ich habe heute auch nicht mehr oder ach keine ahnung was aber da stehen drum jetzt auch zusammen was abzubauen also stehen das einfach koalition das ist einfach nur ein schwein soll mir wieder spornix suchen und aber übrigens erster strings wo bekommt man die noch mal hier Ich hoffe, dass es im Gegensatz funktioniert, das ist ganz gut Diese Water Brings Obwohl Die sind jetzt easy Die macht nicht mal gegenseitig fertig Sea Viper Wow 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 Alle, das noch dazu hier Ach scheiße Nein, nicht da mir Ich gegen Sea Viper Ich gegen Sea Viper Es wäre eine Katastrophe Er gegen sterben würde Soll ich noch mal haben Oh Gott Oh, ich glaube der Drop nichts Gutes Oh, hier der Water Dragon Charge Braucht mich hier für Dinge ziehen Für die Big Bertha Oh scheiße Peinlich, peinlich Ich gehe doch hier in Water Dragon's Candy Pop Oh, sehr schön, sehr, sehr, sehr schön sogar Ah, schon das zweite Teil Ja Nicht schlecht Nicht schlecht Aber das von weg Ist auch Gut Also gut, wie es Tricks geht Man kann man nie in Craft Nein, geht nicht Schade Wer sein kann Ich würde sagen, ich bin einfach die Folge jetzt Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lass eine positive Bildung da Abonnieregessen Und Tschüss Stopp